Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft The Bad Wars und heute mit einer glorreichen Neuerfindung der Challenges, heute zusammen mit Takaishi, hallo! 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 Ich bin voller Vorfreude, sie nennt sich die Prank Challenge. Als ob! Was, als ob? Wie heißt sie nochmal? Die Prank Challenge. Ist ja aber geil. Weißt du, was man da machen kann? Rate mal. Was denn? Was geht's denn? Ich sag's dir, es geht ja ums Pranken und du darfst, ihr dürft das Bett eines gegnerischen Teams nur abbauen, wenn ihr das Team zuvor, rate mal, geprankt habt. Und ich würde einfach sagen, als Prank würde mir spontan einfallen, dass wir ja natürlich mit C4 die Leute so ein bisschen pranken. Würde ich sagen, bauen wir einfach bei uns dann quasi so eine kleine Prank-Höhle, dass wenn sie dann zu uns hinkommen, wir tun so auf hilflos und so, weißt du? Und wenn sie dann kommen... Ja genau, so nichts anziehen und dann pranken und dann pranken wir sie. Okay, Alter, es wird der Hammer. Es wird der Hammer. Oh, da kommt einer! Ja, ernsthaft? Ja, ja, kommt zurück, kommt zurück. Ich hab Rüstung. Okay, okay. Okay, warte. Ich muss rein gucken, ob wir ihn pranken können. Oh Gott! Oh Gott! Ich hab ihn geprankt! Ich hab ihn direkt geprankt, Alter. Der war aber wie so viel unterwegs. Und wie heißt der Name treffenderweise? Mega-Failor. Mega-Failor. Et all, das war ja ein Mega-Fail. Du wurdest geprankt. Hahaha. Hahaha. Haha.